Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition, beziehungsweise die Inquisition der Framerate hat zugeschlagen. Ich habe jetzt hier, gut das seht ihr hier gar nicht, 30 FPS Framelock aktiviert, aus unnachvollziehbaren Gründen. Hoffe ich, dass es damit vielleicht flüssig läuft, weil, also flüssig im Sinne von, es gibt keine Ruckler mehr, weil das Spiel die ganze Zeit sozusagen ruckelt, dann fallen die Ruckler nicht irgendwie auf oder so. Das heißt, wir haben jetzt gerade im Moment 30 FPS maximal. Allerdings, wenn ich hier rumlaufe, habe ich manchmal auch echt trotzdem ein paar Frame-Einbrüche, wie jetzt zum Beispiel, aus unnachvollziehbaren Gründen. Außerdem, haben wir jetzt hier, sind wir jetzt hier in Haven, irgendwo angelangt, wo auch immer das ist. Irgendwo in Fides, wir wurden gerettet und hierher gebracht und Cassandra will mit uns sprechen. Aber davor haben wir noch einen Level Up, den wir absolvieren. Eben übers Charakterfenster. Wie sieht das denn aus? Verfügbare Punkte. Ja, schön, alles ganz automatisch, Stufenaufstieg. Ich glaube nicht, ich wollte eigentlich, äh, Questkarte, Tagebuch, Kodak, blablabla. Kann ich hier, nein, verdammt, äh, kann ich hier irgendwie Stärke und sowas auch selber leveln? Hey, das wäre total geil. Inquisitionsboni. Näh, was? Macht eins, ja, hä? Verstehe ich nicht. Hier, guck mal da, ich würde gerne Geschicklichkeit leveln, aber das geht irgendwie nicht. Schurke der Stufe 3, ja, wir sind auch der Einzige hier in der Gruppe. Dann leveln wir einfach hier ein Skill. Hauptsache, man macht's casual, damit's auch ja nicht so kompliziert wird für den Konsumenten. Ähm, leicht zu übersehen, das wäre natürlich auch ganz... Formidabel. Oder ausweichen. Du weißt gegnerischen Angriffen durch einen Sprung aus und landest an genau der Stelle, an der du sein musst, um diesen Kampf zu gewinnen. Natürlich! Ich nehme nur noch passive Skills, das... Dann muss ich mich mit dem Kampfsystem nicht auseinandersetzen. So. Habe ich jetzt hier Attribute gesteigert? Weiß ich nicht. Warum kann ich hier nicht selbst steigern? Kann ich hier selbst steigern? Ich sehe hier nix von wegen steigern. Hm. Zurück. Näh. Ich kann hier auch sonst nix mehr mitnehmen. Äh, ausleihen. Für die Rettung der Welt natürlich. Prioritäten setzen, wir kennen's ja. Dann öffnen wir eben die Türe und suchen Cassandra in der Kirche auf. Oh. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe sie erwartet. Ich glaube, die warten alle auf mich. Dann, äh... Tür wieder zumachen. Okay, das geht nicht. Dann ruckeln wir eben noch ein bisschen durch die Gebäude der... Dorfbewohner. Wow. Auf der Stelle kehrt machen. Oh, hallo, schöne Dame. Ach nee, das ist Kevin Jeremy Pascal. Nö, der geht ja sofort wieder. Ja, ja, ja. Wir kommen ja gleich. Wir müssen hier erst einmal ganz kurz die Lage sondieren. Nicht, dass hier ein paar Schatten unterwegs sind, die man... Die einen angreifen wollen. Ich komme ein bisschen vor wie in... In... Helgen. Eine Helfenwurzel. Helgen. Skyrim. Startgebiet. So ein Bergdorf. Nur, dass es hier nicht verwüstet ist. Eine Kunari-Streitachs. Boah. Brauchen wir nicht. Kann man verkaufen. Aber das Spring-Feature ist gar nicht mal so schlecht, wenn es denn funktioniert. Ich bin sehr geehrt. Stimmt, ganz genau. Rennen kann ich immer noch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum hat Lady Cassandra ihn in Ketten legen lassen? Ich dachte, Sucherinnen wissen alles. Das ist kompliziert. Wir hatten nach der Explosion beim Konklave alle Angst. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Andraste selbst hat ihn gesegnet. Lassen wir uns einfach noch ein bisschen hier... ...mit Lobpreisungen beprasseln. Se... ...Sekrit. Guten Tag. Oh! Oh, das Sprechsymbol. Oh, geil. Ich glaube, Sucherin Cassandra würde gerne mit euch reden. Ja. Das weiß ich auch. Ich dachte, ich kann... Was ist denn das für... Ich glaube, Sucherin Cassandra würde gerne mit euch reden. Das reagiert halt erstmal irgendwie fünf Sekunden, nachdem ich ihn angeklickt habe. Was ist denn das für ein komischer Dialog? Ja. Ich kann bestimmt noch nicht raus. Erst muss ich mit der Cassandra reden. Hilfe, Hilfe! Ich werde unterdrückt. Ich kann das Stadtgebiet nicht auf eigene Faust verlassen. Ein Steckbrief. Andrastes Mabari. Eingesammelte Lieder. Sammelquests. Da kriegt er gleich das Kotzen. Andrastes Mabari. Ihr kennt Andrastes Mabari. So treu im Gesang. Da taucht er nicht auf. Und fragte die Schwester in der Kirche nach ihm. So antworten sie darauf. Ein stinkender Kriegshund. Das kann gar nicht sein. Dabei war es ganz für Reldon genau. Unsere gütige Herren. Sie liebte ihn. Denn war er sowohl treu, als auch schlau. Und Andrastes Mabari. Er war immerzu an der heiligen Prophetin seid. Zum Kampf gegen Tevinter war der Hund von Herzen bereit. Es heißt, der Erbauer, er hat ihn gesandt, so treu und ehrlich und traut, als eingeschworenen Gefährten des Erbauers heiliger Braut. Oh, dieser Hund war Andrastes Schild. Ohne ihn war sie verloren. Und alles, was er verlangte dafür, war ein Kraulen hinter den Ohren. Doch dann kam Mabari. 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 Und Andrastes Mabari, er war immerzu an der heiligen Prophetin seid. Zum Kampf gegen Tevinter war der Hund von Herzen bereit. Es heißt, der Erbauer, er hat ihn gesandt, so treu und ehrlich und traut, als eingeschworenen Gefährten des Erbauers heiliger Braut. Sie dachten, seine Wunden hätten ihn dahin gerafft, doch zu Andrastes schleppte er sich. Und Tessarien, er sah mit Tränen im Blick, wie er selbst im Feuer nicht von ihr wich. Und Andrastes Mabari, er war immerzu an der heiligen Prophetin in Seid. Zum Kampf gegen Tevinter war der Hund von Herzen bereit. Es heißt, der Erbauer, er hat ihn gesandt, so treu und ehrlich und traut, als eingeschworenen Gefährten des Erbauers heiliger Braut. Ja, dieser Mabari ist der Gefährte des Erbauers heiliger Braut. Ein beliebtes, wenn auch historisch fragwürdiges, fereldisches Tavernenlied. Und dazu möchte ich sagen, in Assassin's Creed hätten sie das eingesungen und abgespieltes Lied, sodass man sich nicht selbst durchlesen muss. Aber wer bin ich schon, dass ich das beurteilen darf? Ich bin ja nur ein kleiner Spieler, der keine Stimme hat, die erhört wird und den Dorfbewohnern das Essen klaut. Oder auch nicht. Meckern die noch rum? Hast du jetzt nicht gerade geplündert? Ist das nicht verarscht? Jetzt plündert es doch mal. Hä? Das ist... Das ist doch eine Qual, ey. Ich glaube, das Spiel mobbt mich mit Absicht. Wenigstens kann ich in alle Gebäude reingehen, so halbwegs. Das ist ja schon mal etwas. Überwachung des Patienten. Dritter Tag. Wo ist der zweite Tag? Das Zittern hat nachgelassen. Leichte Reaktion auf Reize. Lebenszeichen wirken stabil. Einheimische haben schon zweimal versucht, in die Kirche einzubrechen, um meinen Patienten zu töten. All die Mühen, um sein Leben zu retten, nur damit sie ihn dann hinrichten können. Ich werde Lady Cassandra informieren, dass sie damit rechnen, dass er noch vor dem Morgen aufwachen wird. Es geht also nicht um uns, oder? Weil... Genau, die Dorfbewohner würden es nicht wagen, uns zu töten. Sichere Wege, Herold Andrastes. Die singende Jungfrau. Habt ihr je die Geschichte von König Bedwell gehört? Wie die meisten Könige war auch Bedwyr ein stolzer Mann, der von seinen Untertanen nicht weniger als bedingungslose Ergebenheit erwartete. Er war der Überzeugung, der beste Weg, er zu erreichen, sei durch Angst. Wer ihn fürchtete, würde ihn schließlich niemals verärgern oder seine Herrschaft in Frage stellen. Und noch wichtiger, wer ihn fürchtete, wäre stets bemüht, ihn zufriedenzustellen. Bedwyr förderte die Angst seiner Untergebenen durch den hemmungslosen Einsatz einer Vorrichtung, die als die Jungfrau bekannt war. Die Jungfrau war ein aufklärbarer eiserner Sarg, so hoch, breit und tief wie ein Mann, in dessen Inneren sich gewaltige Dornen befanden, die den gesamten Körper des bedauernswerten Gefangenen durchbohrten. Bedwyr liebte seine Jungfrau und stellte sie, häufig mit einem schreienden Opfer darin, an einem Ehrenplatz in seinem Thronsaal auf. Politische Gegner, mutmaßliche Attentäter, verräterische Minister, der Jungfrau vernichtete sie alle. Im Laufe der Zeit wurden der Jungfrau jedoch mehr und mehr Leute für immer geringfügigere Vergehen überlassen, eine Köchin, weil sie die Speisen des Königs versalzen hatte, oder ein Paarge, weil er sein Schwerfallen ließ, oder der Chefentwickler von Bioware, The Dragon Edge Inquisition, zu verantworten hat. Der Jungfrau warf einen Schatten des Schreckens über das Königreich und das Volk betete dafür, von seinem grausamen König erlöst zu werden. Dann ritt eines Tages eine geheimnisvolle Frau in die Stadt. Sie nannte sich Ember und kam als Gesandte eines fernen Landes. Sie sagte, ihre Herrscher hätten von Bedwyrs Weisheit und Macht gehört, weshalb sie nun seinen Rat suchte. Die Vorstellung, er habe die Bewunderung anderer Könige jenseits des Meeres erlangt, erfüllte Bedwyr mit Stolz und so gewährte er Ember eine Audienz. Sie speisten und tanzten und die ganze Zeit überschmeichelte Ember dem König. Als sie der Abend seinem Ende zuneigte, bat Ember darum, die Jungfrau sehen zu dürfen, jene berüchtigte Vorrichtung, die Bedwyr zu so viel Macht verholfen hatte. Mit stolz geschwellter Brust und ganz schwindelig vor so viel Ehrerbietung zeigte der König Ember seine Jungfrau. Ember warf einen Blick auf sie, stieß einen enttäuschenden Seufzer aus und sagte, sie sieht nicht sonder die Furcht entflößend aus. Ich hätte gedacht, die Dorne seien weitaus spitze. Bedwyr wurde rot, als ihre Reaktion vernahm und antwortete, die Dorne sind spitz genug, seht euch nur all das Blut an, das an ihnen klebt. Aber sie ist so klein. Hihihihi, sagte Ember. Ist sie lediglich für Kinder und Frauen gedacht? Die Röte in Bedwyrs Gesicht nahm zu und er antwortete, natürlich nicht. Die Jungfrau hat schon unzählige Männer verschlungen. Ember schüttelte den Kopf und sagte zu dem König, das glaube ich nicht. Kein Krieger muss dieses Ding fürchten. Ein Mann wie ihr, groß und muskulös, würde niemals dort hineinpassen. Der König lachte und sah eine Möglichkeit, Ember die Vorzüge der Jungfrau zu beweisen. Ich werde euch zeigen, wie leicht der Mann wie ich dort hineinpasst, sagte er. Mit diesen Worten zwängte er sich in die Vorrichtung. Doch darauf hatte Ember nur gewartet und sie schlug den eisernen Sarg zu. Ember brachte die Jungfrau mit dem schreienden Bedwyrderin aus dem Schloss in die Stadt. Und das Volk, das endlich von der Tyrannei des Königs befreit war, jubelte und tanzte zu dem Gesang aus der Jungfrau, der durch die Straßen halte, bis dieser bei Bedwyrs Tod erstarb. Eine Geschichte, die in der Taverne zur singenden Jungfrau häufig zum Besten gegeben wird. Und damit, wie diese Gute-Nacht-Geschichte, Kinder, entlasse ich euch in die Kirche. Nein, natürlich nicht. Ich frage mich immer noch, ob ich diese F, äh, die Suchen-Taste gedrückt halten kann oder ob ich das immer wieder aktivieren muss. Ich lasse jetzt einfach mal gedrückt und hoffe, ich übersehe dann nichts. Wenn ich es wenigstens irgendwie auf der Minimap angezeigt werden würde, mit was ich interagieren kann. Dann wäre es ja schon was, aber... Hier, Elfenwurzel. Nö, nö, nö. Habe ich gedrückt gehalten? Kommt nix. Ich gehe mal aus dem Bereich. Jetzt laufe ich wieder rein. Jetzt lasse ich los. In Dragon Age Origins, früher, war halt einfach alles besser. Dann lasse ich das Looten und Leveln einfach ausnahmsweise mal sein in diesem Spiel. Und kümmere mich um die Story, was ich ja sowieso machen wollte. Guten Tag, ich darf mich doch einmal bedienen, oder? Stört sie doch nicht. Leuchtendes Flechtreben-Vitar. Gewöhnliches Vitar. Was ist ein Vitar? Ein Helm, oder wie? Nur Kunari. Aggressiver Bogen. Nimm mit. Und, ah, der zweite Tag. Puls und Atmung normal. Noch immer keine Reaktionen. Habe ihm einige Tropfen Elfenwurzel-Extrakt eingeflößt, um die Genesung zu fördern. Starkes Zittern. Flüstert etwas über zu viele Augen. Etwas über die Grauen. Ein gutes Zeichen? Etwa... Die Grauen Wächter? Ich glaube, Lady Cassandra will euch sprechen. Wow, diese Information. Boah, Mensch. Da geht mir ja das Herz auf. Ist ja ein richtiges Rollenspiel hier. Wo ist die denn, die alte? Hier, oder? Es hört sich so an, dass würde hier irgendwas angezeigt werden, mit dem ich interagieren kann. Ich sehe aber einfach nichts. Geh mal halt jetzt einfach in die Kirche. Was? Dass die Nicht-Kirche, die Nicht-Kirche nichts mit uns zu tun haben will. Dass die Nicht-Kirche, die Nicht-Kirche nichts mit euch zu tun haben will. Oh, das ist aber schade. Dann gehe ich mal zur Nicht-Kassandra und rede nicht mit ihr. Oder lese erst einmal einen Text durch. Ein Gesang für die Verstorbene. Das Licht möge sie sicher führen, durch die Pfade dieser Welt hinüber in die Nächste. Denn wer dem Erbauer vertraut, für den wird Feuer zu Wasser. Und wie die Motte das Licht erblickt und auf die Flamme zufliegt, so soll sie das Feuer sehen und auf das Licht zugehen. Der Schleier hält für sie keine Ungewissheit bereit, und sie wird keine Angst vor dem Tode haben. Denn der Erbauer wird ihr Licht sein und ihr Schild, ihr Fundament und ihr Schwert. Übergang 10.01 Uhr, oft von Trauernden beim Anzünden von Kerzen gesungen. Wo ist denn die Cassandra? Wahrscheinlich hinter dieser Tür. Oder dort, wo das Quest-Symbol ist. Ich bin mir nicht sicher. Im Ratsraum. Gehen wir natürlich erstmal in den Keller. Ähm... 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 Okay. Ich hasse diese Suchenfunktionen, ey. Die sind echt schlimm. Dieses Spiel... Boah, das macht mich fertig lesen. Die Gründung der Kirche. Cordillus Draken, König des Stadtstaates Orlais, war ein ungewöhnlich ehrgeiziger Mann. Im Jahre minus 15 des Altertums begann der junge König mit dem Bau eines riesigen Tempels für den Erbauer und erklärte, er werde bis zu dessen Fertigstellung nicht nur die kriegerischen Stadtstaaten des Südens einen, sondern auch den Glauben an Andraste in der ganzen Welt verbreiten. Im Jahre minus 3 des Altertums war der Tempel fertig. In seiner Mitte knieten Draken vor der ewigen Flamme Andrasses nieder und wurde zum Herrscher über das Reich von Orlais gekrönt. Seine erste Amtshandlung als Kaiser war der Kirche und ihren Glauben an Andraste zur Staatsreligion des Reichs zu erklären. Den Text hatten wir in Origins schon mal gelesen. Drei Jahre und mehrere hundert Wahlgänge später wurde Orlais von Montsemar zum Oberhaupt der neuen Kirche gewählt. Bei ihrer Krönung zur Göttlichen nahm sie den Namen Justinia an, in Erinnerung an jene Anhängerin Andrastes, die deren Lieder niedergeschrieben hatte. Damit endete das Altertum und das göttliche Zeitalter begann. Aus Ferellen, Folklore und Geschichte von Schwester Petri in Skolaren der Kirche. Der Bruder Genitivi hat's wohl nicht ins Spiel geschafft. Dafür aber diese wunderschöne Urne mit einem Liebesknoten linke Hälfte. Aha. Da kann man auch noch irgendwie... Boah, Alter, ist ja viel zu lesen. Ich glaub, irgendwann... Tut mir leid, aber ey, hier ist so viel zum Lesen. Wenn es nix Quest-Relevantes ist oder so, dann... Dann werde ich einfach durchscrollen. Wer's... Wen's interessiert, der kann es bitte gerne durchlesen. In Origins werde ich wahrscheinlich irgendwann noch ein paar Lesestunden machen. Und Kodex-Anträge durchlesen. Aber ich glaube, hier wird das doch etwas ausarten. Also, wen's interessiert, gerne durchlesen und einfach auf Pause drücken. Ich werde hier nicht alles vorlesen, zumal ich auch ein bisschen angeschlagen bin und wahrscheinlich morgen oder übermorgen erkältet... ...wer sein werde. Da ist so eine Aufnahme auch nicht unbedingt zuträglich für die Stimmbänder. Aber das soll uns jetzt egal sein. Lieber noch aufnehmen, solange man noch ein bisschen gesund ist. Und sich satt essen. Bevor man... ...das dann später nicht mehr kann. Antrasse Braut des Erbauers. Oh, das ist aber hier auch wieder viel Text. Ihr wisst es ja bereits. Einfach auf Pause drücken. Wenn ich auf Pause drücke, kann ich auch ein bisschen schneller durchscrollen, oder? Wird ja alles angezeigt. Boah, Alter, ist das viel Text. Bin ich ja schon froh, dass ich das nicht alles vorlese. Zumal das sich auch auf die Folgenlänge auswirkt. Die schwarze Stadt. Und eine Kiste. Ich glaube, wir kommen erst in der nächsten Folge zu Cassandra. Hier ist noch eine Schriftrolle. Die Jünger an Drastes. Wir sind ja gleich wieder aus dem Keller draußen. Ich glaube, ich muss einfach ständig hier auf die Tasse drücken, damit es hier hervorgehoben wird. Hat aber schon eine ordentliche Reichweite. Also mehr, als man erwartet am Anfang. Schnitzerei des Paragons. Äh, Duken. Oh, Spoiler, Spoiler. Leichte Abenteurerrüstung. Oder? Oder... Nee. Das bezieht sich wahrscheinlich auf irgendwelche Geschehnisse vor vielen hundert Jahren oder so. Irgendeinen Paragon. Ach. Falsche Tasse gedrückt. Ähm. Und nicht auf... ...denjenigen aus Ortsamar, wenn man da hinkommt. Hoffe ich doch mal. Ich meine... Ist ja schließlich die Königsfamilie. Da wird ja irgendwo in der Generation in Paragon gewesen sein müssen, damit die überhaupt... ...König werden können. Sehr gut. Erstmal ein bisschen Licht machen. Und noch ein Schloss knacken. Hurra. Und es gibt nicht mal den Skill Schlösser knacken. Warum macht er die Tür dann nicht einfach auf? Und man findet nicht mal irgendwas. Ja. Und nochmal das Ganze. Ist aber auch nichts dahinter, oder? Oh. Doch. Ein Brief. Verlegte Notizen. Einige Notizen eines der Skolaren, die für den... ...die für den Wiederaufbau Havens verantwortlich waren. Die Notizen sind offenbar aus irgendeiner Art Ordner gefallen. Wochen da mit den Blutflecken aus dem Stein zu schrubben. Entweder ist Stein deutlich poröser, als ich dachte, oder beim Bart des Erbauers, er war wirklich unglaublich viel Blut. Wie viele Leute sind hier nur gestorben? Ich bin nur froh, dass ich nichts mit den Oberopferaltären zu tun hatte, die die ersten Ankömmlinge hier entdeckt haben. Sie wurden zum Glück irgendeinen Abhang hinuntergeworfen, glaube ich, sodass wir uns jetzt nur noch um die Flecken an den Wänden und auf den Boden kümmern müssen. Falls wir sie nicht in einem oder zwei Tagen entfernt haben, werde ich darum bitten, dass wir hier alles neu verputzen. Vielleicht können wir sie ja überdecken. Trotzdem ist hier nicht alles schlecht. Also, das Spiel kann er zumindest nicht meinen. Haven ist wunderschön und wir haben bei der Arbeit in den Gewölben einige Papierfetzen gefunden. Die Handschrift sah nach Bruder Genichiwi aus. Er wurde hier über Wochen hinweg gefangen gehalten, bevor ihn der Held von Ferelden fand. Ach, vielen Dank für die ganzen Spoiler! Das kann aber wohl nicht wahr sein. Ein paar Anspielungen auf die Vorgänger meinetwegen, aber man kann es ja auch übertreiben. Als ich diese Dragon Age Keep geöffnet habe, wegen diesen Weltlagen und so. Ja, komm, das hast du verdient. Da wurde ich auch ständig gespoilert mit irgendwelchen Entscheidungen im ersten und zweiten Teil und den ganzen Addons und so weiter. Schlimm! Müsste man irgendwie verklagen, Ju, von solchen Leuten. Habt ihr jetzt völlig den Verstand verloren? Er sollte umgehend nach Valroyo gebracht werden, damit die neue Göttliche über ihn richtet. Wer sie auch sein mag. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Der Elf hat versagt, Sucherin. Die Bresche ist noch immer am Himmel. Und nach allem, was wir wissen, ist das auch genau das, was er wollte. Das glaube ich nicht. Das habt nicht ihr zu entscheiden. Eure Pflicht ist es, der Kirche zu dienen. Meine Pflicht ist es, den Prinzipien zu dienen, auf denen die Kirche basiert, Kanzler. Und dasselbe gilt auch für euch. Ich hab nicht elfmal, also das ist ja wohl eine Anschuldigung höchsten Grades, Freunde. Und ein kleines Fazit zum Schluss. 30 FPS macht schon mehr Spaß, als mit 60 zu spielen. Ich habe kaum Ruckler gemerkt. Außer jetzt zum Beispiel. Beziehungsweise die, die waren, die waren jetzt nicht so gravierend. Da konnte man ein bisschen drüber hinwegsehen. Oder ich hab mich langsam dran gewöhnt. Das kann auch sein. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und es was Schönes. In der nächsten Folge öffnen wir die Tür zum Ratsraum. Und werden gleich wieder vom Kanzler angeschrien. Bis dann.